Ich hab heut Geburtstag, Leute! Heute wird's weit. Ich merk auf jeden Fall, dass ich ein bisschen verschossen bin in den Fabian. Heute ist tatsächlich wahrscheinlich so dieses Haifischbeckchen eröffnet. Soll ich dir in die Hose greifen? Für mich gibt's nur zwei Wege, entweder der Weg zu Fabian oder der Weg nach Hause. Du machst mich irgendwie nervös. Wo sind die Augen, die du auf mich geworfen hast? Viel. Ist das jetzt echt so, dass du sagst, du bist jetzt vor? Du bist ja megaarschig von dir. Das ist so billig. No class. Die Krallen werden noch weiter, noch schärfer ausgefahren. Das ist halt so'n Gefühlschaos, weißt du. Das wird nicht besser werden. Hör mal Leute, ich hab Infos. Jetzt geht's los. Ein Umschlag. Da ist allen alles aus dem Gesicht gefallen. Wenn jetzt einer von den über Nacht bleibt, der ist uns allen nochmal einen Schritt voraus. Don't cry for boys. Es werden Herzen brechen. Ich muss dir leider die Kriwatte abnehmen. wo wir heute haben schon mal im Drei. Also bestseller wird, dass wir durch die Kriwatte abnehmen. Wir machen den Überfluss, den wir wieder entfernen. Wir haben eine Bezug auf die Kriwatte abnehmen. Wir machen sie eine Bezug auf die Kriwatte abnehmen. Dann auch die Kriwatte abnehmen. Vielen Dank.